Hier möchten wir Ihnen mal dokumentieren, dass hier neu gebaut wird in Galet, dass die Anlage vergrößert wird, dass die Hunde es besser haben. Da sollen vier, drei, vier, fünf Hunde, je nach Größe, in so einen Zwinger mit einem schönen Unterstand gesichert vor Schutz und Regen und Kälte. So, hier wird noch weiter gebaut. Dann sind hier draußen Ausläufer entstanden mit Gras, mit Hügelchen. Da können die Hunde dann am Tage auch rein und spielen. Also hier verbessert sich tatsächlich die Lebensqualität. Sie sehen ja, hier sind auch überall Materialien. Es soll weitergehen, es soll weitergehen, dass es ausgebaut wird, dass es den Hunden besser geht.